Hallo! Wieso kann ich jetzt nicht noch Asuna? Hallo! Fly down with Khadgar. With Khadgar? Ja, aber Khadgar... Achso, so mit Khadgar, verstehe. Let's go down to Asuna, oder bitte? Ist der Khadgar da jetzt auch mit so einem Partner? Äh, an Bord? Nein, ist er nicht. Gut. Auf jeden Fall, es geht noch Asuna, und Asuna liegt auf den Broken Isles. Und das ist er, der Khadgar, da ist er als Rabe. Der Pillar of Creation, so was ist das Ding, okay. Es ist wie alle, ihr kennt, wie der Spade in der Nacht, 2.30 Uhr. Wow. Da müssen wir nicht so knapp drüber fliegen, dass wir ihnen die Kopferl streicheln. Erster Eindruck. Auf der Eindruck auch nicht gerade, äh, weißt das, wie Joggle ist das geworden. Ich habe keine Ahnung, wie kann man es mir vorstellen, aber das ist offensichtlich von der Aschara. Da haben wir ja dann alle Hände voll zu tun, Khadgar, wie der Mensch. Ich denke, die Illidari sind die Linien gegen die Burning Legion, aber nur zu wenigstens. Wir müssen kommen zu der Aide-Hustler. Du wirst einen ganzen Haufen bekommen. Guldan und die Legion müssen bleiben. Die Burning Legion hat uns hier verletzt, aber so haben die Illidari. Es sieht aus, dass die Demon Hunters ihre Räume halten, aber nur zu wenigstens. Komm, lass uns das Weapon von dir zu benutzen. Ich werde unsere nächste Bewegung herausfinden, während du die Legion kräftest. Sprech mit dem Lead Demon Hunter. Und die Illidari standen. Ich bin der oberste Roller. Die Illidari sind überraschend. Die Illidari sind überraschend. Ich wollte eigentlich nur noch meinen Titel ändern. Auf Illidari. So, genau. Okay, da gibt es einen Flugpunkt. Fledermauhi. Die Illidari fliegen Fledermauß. Das ist eine Träne, ey. Nein, schaut nur so aus. Nur weil es Handeln hat. Okay, und, ähm, ja. Die Legion ist schon da. Metron Mother auch. Khadgar. Ich hatte dich nicht erwartet. Altru ist wieder angestellt. Wieso bist du nicht auf der Rest? Ja, ich kann dich sehen. Was willst du? Was willst du? Du bist ein Most-Welkommen-Sight-Hastor. Und du bräuchst considerable firepower in form of Archmage Khadgar. Malevolence has been portailing us back and forth. Between hier and the Fel-Hammer portailing us. Gott, Götiger. We push the Demons out of these ruins, but they are stronger than any we have encountered before. Your leadership is greatly appreciated. If we do not crash this Legion invasion now, they will overrun us sooner and then the rest of the Broken Isles. Ja, okay. Also, this is a hot spot. Your artifact looks powerful. Speak with Jace and Alari, if you intend to help. Ja, cool. Geh, Viktor. Geh, Viktor. I need to extract information about the Burning Legion from these foul creatures but living. The Demons are almost impossible to break. However, like you I wield the power- You and your world will soon perish. Ach, danke. Okay. However, like you I wield a powerful artifact, the Scythe of Souls. Take one of my soul gems. If you place it next to a demon corpse, it will rip the soul out. Then we will see if the Scythe can get them to talk. Okay. Trap eight Demons. If we do not meet again, die well. And those with a Jace. Lord Illidan knows the way. The Demons are weakening my defenses. They must be far more powerful than what we faced before. Will you help me to reignite the ward? Uh, the wards to keep the Legion from overrunning our position here. Reignite the three demon wards. Okay. Okay. So. Reignite the demon wards. This is the next, eh? Where is the demon ward? Where is the demon ward? Okay, right there. Is it for example a demon ward? No, that is not a demon ward. There is a demon ward. You are a demon ward. You are a demon ward. You are just re-ignited. One. The next one. Out there of me. I need to get closer. I need to get closer. It's too far away. Um, there's one. It's okay. Okay. W- Ah, here's the way. Makes me good. Got it, not? Got it, not? Got it, got it, got it. Got it, got it. Wow, I have gifts. Aber all of them, are somewhere in the middle of the level. Ah, ich konnte ja auch, neben so einem kaputten, so was da aufstehen. Genau. Das hätte ich vorher auch schon machen sollen, dann kann man da was an einer kaputte. Aber die habe ich nicht kaputtet, darum funktioniert es nicht. Würdig und recht, würdig und recht. Ah. So, da, Demon's Souls prepped. Gibt's aber jetzt, oder? So, wie alles hat funktioniert. A Panda, so was gibt's noch. True Master Tour Talk. Panda. Back to Bandaria. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja gegen die Pandaren überhaupt nichts mehr. Aber ganz, ganz im Gegenteil, ich finde mittlerweile als Retrospektiv betrachtet, dass Pandaria aus der schönsten Gebiete überall schon war. Wir sind die Legionen. Ach du. Verlödes Stück. Great. Canvan Vielen. Weississ. Weiss Portageiert неп dear. I can't attack that. My blade will cut through you. Your blade will cut through you. C 不 casts acum. They're sheistering. I don't like, really. It's a row is what we're getting. Hak 67 smells like. Dämonen sehen habe ich genug, also die Schnee sind da, ich gehe mal lieber wieder, ich gebe die zwei Quests da auch mal an. Was hast du für mich? Was hast du für mich? Alter, was hast du für mich? Zeig mal, Scheiße und Scheiße, beides Scheiße. Das klariert mir immer auch. Warum ist das jetzt so schlecht gewesen, die Belohnung? Ist mir unglaublich, freut mich überhaupt nicht. Wer weiß den Weg? Die Scheiße von Souls. Let's head to the other side of the stand. We will release the Demon's Souls one by one and get the answers that we seek concerning Lord Illidan. Work with Alari, the soul eater, to compel information from the Demon's Souls. Do not give in to the power of the Legion. Wir sind Illidari und wir haben da echte Front aufzunehmen. Hi, Major and Mother. Ein bisschen außerhalb vom Gefecht. Ne, ne, sie ist ja nur, sie ist ja nur eine Throne. Okay. Let's do it up. Also, speak with. I have sacrificed everything. I'm ready. What have you given? Break the first full soul gem. We can use the further. Broke it. Ah, we Legion. We know you are Lari. And you hast to. You will be ours. Demon's Souls compared. Next soul gem. Mit Freuden. Mit Freuden. Simon. Und sag' ihr uns selbst was tot sein. Yeah, und jetzt den letzten. was ist jetzt passiert wo ist Arif Nahl, das wird Arif Nahl sein, oder? Entering, dann hier noch, also Exit Weggesehen Wo willst du das machen? Wo ist denn das? Genau da wo ich bin Es passiert nichts Question, question Arif Nahl Nothing happens with this in the soul game What camera dropped them out Let's head to the other side bla 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 Arif Nahl Compelled Und dazu eigentlich da draufklicken sagt man das Spiel Und dann bin ich auch wieder draußen I don't get it, I don't get it Die Gegend passt Da ist er Entschuldigung Entschuldigung Wir gehen Sehen Entschuldigung Okay, I did it. A sticky volatile substance. Hat das jetzt funktioniert? Was ist das jetzt? Geht oder nicht? Also ich habe zumindest nichts mitgebracht. Meet back up with Alari. So, was ist? The skies of souls. I wouldn't take what Arif Naal said to heart. The inquisitive demons are masters of misinformation. You don't suspect betrayal within the ranks, do you? The solitude looks thoughtful and grim. I fear we won't have all of our answers about Lord Illidan for a while. So, gibt es da jetzt mal was besseres? Na? Doch, die Stiefeln sind besser. Geringfügig, aber sie sind besser. Okay, nehmen wir und hoffen, dass sie ausfiskalieren. Na, ganz gut. Bitte. Die nächste Quest. Alter ist der Sufferer. My life is dedicated. Find and lead them to success. Agreed. Find Corvaz Bloodthorn and Farona at Vanquish Point. Don't give in to the power. I will see to it that the Legion gets no farther. Okay. You, Corvaz and Sayara attack the Legion from within. Then we'll wipe them together. Okay. Mach' ma. Mach' ma. Dock' jetzt richtig ab. Also das ist Invasionspunkt. Da kommt ein Hund. Irgendwo. Irgendwo am Strand. Und... Farona. Das ist der Farona. Und das ist, äh... Der Fluss eigentlich. Ja, genau. Naja. Das ist irgendwie eh die Brede nicht. Na, blödsinn. Das ist ja nur ein Teil. Farona ist die Insel. Ein Teil der Insel. Also, Insel auf der Insel. Ja, ma. Coole Sache. Und das sind unsere Mädels. Was ist mit dir? Wer ist gestorben? Die andere. Oh, hast du, das ist ja. Äh, gut. Wir haben hier ein bisschen Probleme. Altrys hat nicht gedacht, dass Kiana und ich das in einem Raum handeln würde. Er hätte das richtig gemacht. Er hätte das richtig gemacht. Gern, gern. Aber... Zuerst tun wir... Leveln. 106. Ich darf mir etwas aussuchen. Momentum. Felrush und Vengeful Retreat. Increase your damage done by 20% for... Oh, das ist gut. Felrush und das ist die Vengeful Retreat. Das Bastard macht super ins Konzept. Fel eruption. Impales the target for... Wow. And stuns them for 2 seconds. Inflicts an additional 100% damage against targets permanently immune to stuns. Wow. Increases damage you inflict against the target by 20% for one minute. When the target is slain you will inflict 20% additional damage against all creature... Was 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 nix bringt macht. Creature types matching the original target. Humana, Dragonkin, etc. Um... Pah... Die Fel eruption ist aber schon nicht schlecht. Bist du narrisch. 35 Sekunden cooldown. Nein. Ich muss das nicht mehr. Ich bin voll der Charger. Das ist nix. Wir sind alle, die zwischen der Legion und Annihilation. So. The Burning Legion is sending the most powerful demons in its arsenal against us. They do not intend to lose this third war and they will stop at nothing to see to it that we all are wiped from the face of Atherdoth. Together we will return the favor. Fail machinations. Stock it. So. Free six demon hunters from soul harvesters. Do not give in to the power of the Legion. On saving Stellagosa. Obtain Lickil's key and free Stellagosa. During the fighting, of all things, I saw a blue drake swoop in and attack the demons. I couldn't believe my eyes. I'd heard that the blue dragon flight had gone extinct. The Legion managed to bring the drake down, but not until after she'd killed a score of them. She was magnificent. Last I saw, they were dragging her in the direction of the southern camp. We should see, if she's still alive, a dragon could prove a powerful ally. Yeah, that's true. Machen wir beides. Zuerst Stellagosa. Ist das näher auf der... Nicht wirklich. Naja, wenn man denkt, dass wir die Straßen entlang gehen, dann ist es wahrscheinlich näher. Und wir gehen die Straßen entlang. Oder? Lieber doch das. Ja, doch das. Gehen wir Demon Hunter befreien und da Dämonen killen. Ja, das ist eine nette Dedication, aber machst du gut. Finde Spitze. Hübsches Kind. Da hinten. Wir müssen uns etwas befreien. Schau dir, aber was ist das? Was ist das? Irgendein Buff? Ah, da sind die Dämonen halt jetzt. Noch ein Buff? Gleich ein Buff. Ja, ich bin schlicht und ergreifend der Charging Bastard. Das hilft nichts. Das passt eine Spritze ins Konzept. Deswegen habe ich das genommen. Ich hoffe es wird... Es war kein Fehler. Ja. Ich habe ein weiteres Reichen. Ich muss mich näher kommen. Ich muss mich näher kommen. Es ist zu weit weg. Sie sind alle entgegen. Ja, also wenn das nicht gut Damage macht, dann weiß ich es auch nicht, ganz ehrlich. Also wenn das nicht haftig geiler Damage ist, dann weiß ich es auch nicht, nö. Also ich brauche so ein mehr gefangene Demons, da oben ist noch einer. Ich würde gerne die Korvers Blatt zu sie da romanzen. Schaut, dass das nicht geht. Das ist immer so eine coole Sache. Was sind wir da jetzt richtig? Ich glaube, nein, das sind wir nicht. Das hellblaue ist das richtige Gebiet. Wie viele Firmen? Nein, immer drei. Nein, wie die. Da darf ich schauen. Tadaa! Wer hat das zu dir gemacht? Der Warden versucht uns zu überzeugen, um einen Traitor zu werden. Was ist da los? Meine Leben ist für den fernenden Legion. Hat jemand in den? Syana Nightglaive erinnert Traitor. Sie hat die Legion. Oh, die Syana, das ist ja ihr, ihr, ihr Freundin. Die spezielle Kompanieuse, mit der war sie auf der Mission. Oder? Nein, ich bitte nicht mehr. Gut, geht gar nicht weiter. Und jetzt Stela Gossa. Na, let's have a look. Ich habe ja befürchtet, dass die Erweiterung nicht wirklich groß ist und deswegen habe ich Der Fall ist aber nicht eintreten. Ganz im Gegentum, es ist eher eine kühle Insel, weil auch der Wald da ist jetzt kein tropischer Dschungel, sondern eher ein mitteleuropäischer, nordischer Wald. Und das, äh, das Gold noch. Ich mag das. Ich mag das. Da gab es eine Blümelein. Schau, schau, was es da für Blümeleins gibt. Ah, da unten. Oh, den muss ich rumhauen. Geh sofort wieder auf, wieder. I need to target something first. Ja, aber ich bist denn du. Du bist ein Israelin, Seed. Iseralin. Ja, Israelin. Iseralin, Sad. Gut. Gehen wir wieder zurück. Warte mal durch. Geh nicht drauf, ey. Ich kann nicht attacken diesen Target. Failed it. Und wo ist Syndragossa? Da drüben, da sieht man sich schon. Ich sehe, ich sehe schon, ich sehe schon. Ähm... Nein, wir holen uns da gut und kein paar... Na gut, wenn uns aufgedrängt wird. Hallo. Lück ins Key, okay. Der Schlüssel zu Syndragossa ist selbstverständlich nicht der. Oder ganz wo anders. Aber wo? Wo, wo? Der darf nicht? Nein. Aber sie Lück gilt es. Den braucht man, er wird gerade gessen. Das ist nicht gut. Get the key. I need the target. Got the key. Und die Tour zum Trechen. Und wir laufen. Ähm... Ja, gefällt mir auch da. Sehr, sehr düster. Wir liegt daran, dass die Legion da ist. Ähm... Ansonsten ist das aber, wie gesagt, kein tropisches Paradies oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz normaler mittlereuropäischer Wald. Ein Laubwald wohl... Wohl gemerkt, auch hart. Das muss ich aussparen. Verstehe. Danke. Ich bin Stellagossa. Ich bin Stellagossa. Stellagossa, die kennen doch auch schon, oder? Ich weiß noch mal die Stellagossa. Die kennen doch. Die kennen doch. Die kennen doch. Jetzt haben wir noch nichts. Oder was war ich mich? Die aufregelung ist das an的话. Aber jetzt hat er eine gewünste Frage an. Wie geht's das an? Wo sind ich denn? Was steht das an? Nein, pitching das daneben. Wo Afghanistan haast, tai was steht das an? Da ist kein Hallo. Wir sind einfach mit der Operations Agenten, oder? Ich habe die Burning Enemies in front of you for... Naaah! Okay. Jetzt geht heute wieder einiges over. Aber ist es hier oder so nennen wir es. Ja sicher. Ich will nur kurz den Umhang sehen. Also die Quadranten. Und das ganz ohne Master Chief. jetzt zu fahren das ganz ohne Master Chief du da wo muss ich he dort auf die Musik die alle anderen haben ganz müden Stress das ist also ein guter Crowd Controller ist meiner Meinung nach dann dementsprechend natürlich auch das Rezept gegen mich in meiner in meiner ähm Ausarbeitung von von Demon Hunter weil dass ich rumgecharge ist so wie ich jetzt expect hab halt die Haupt die Haupt Damage Quelle und außerdem wenn er sich nicht bewegen kann kommt er nicht zum zum Health nachladen wo es tödlich war also wenn es den äh routen nähern alles mögliche wenn er machst dass er sich nicht bewegen kann dann ist das äh gut so da feel the fel energy course through we've been expecting to create how is khadgar felsworn nightglaive prove yourself I have other yes my mistress was du jetzt die Tante do das ist keine Schwäche nicht die Saiyana I need to get closer I need to get closer I am more powerful than all of you you're nothing but a cunt seh ich das genau so cool i'm out of range you you only knew the legion's power join us vor Nein, du bist einfach nur mit mir. Nichts. Simply being killed. Nothing. Joa, w-w-what were you promised? Jermit, ich habe vergessen, dass ich mit Teufel in die Hosen ging, hm? Ah, du bist's. Schatz. Oh, das ist immer Wasser. Sind das jetzt beide? Ja, das sind beide Entzügekund. Ich denke, das ist mit irgendjemandem ... Wir können sie nicht ermöglichen, ihre Momentum, oder die broken Isle sind verloren. Du musst nach der Azur-Wing-Repose kommen und mit meinem Großvater Senegos treffen. Senegos? Die ganzen Trockenen und irgendwas. Obwohl wahrscheinlich die Klingen alle ziemlich ähnlich. Wahrscheinlich habe ich es noch nicht gehört in meinem Leben. So, danke, danke, danke für die Reade. Merci, und danke ihm auch. Ich habe alles gewonnen. Was hast du gegeben? Remnus, indeed. We cannot afford the loss of even one Demon Hunter, but you and Corvaz were right to put an end to Nightgla- How can such a tiny thing prevail against the might of the Burning Legion? Ja, ja, bla bla. More importantly, you have made a good friend in Stelagosa. The remnant of the Blue Dragon flight could prove to be a powerful ally. Ich muss etwas aussuchen. Ja, dann muss ich etwas aussuchen. Wenn Chaos Nova stunts a target, it has 10% chance to generate a lesser soul fragment. Das wäre wieder ein Zusatz. Was ist die Chaos Nova? Das ist das, was die Metamorphose macht. Und das? Increases Damage... Mann, nicht wieder. Das ist wieder ein Chaos Nova, bitte. Behind Legion Lines. Und nächste Runde? For now, the Illidari can hold the line against the Legion. We will return later to help them drive the Legion from the upper reaches of Varanar. You now must concentrate on the Pillars of Creation and the Tomb of Sargeras is to be released. If the Tomb of Sargeras is to be released. Your saving of Stelagosa is fortuitous. Surely, if anyone knows where a Pillar of Creation is, it will be her grandfather Senegosta. So, Asia Wing Repose is to the North East. I will meet you there. Speak with Archmage Katka at the Asia Wing Repose. Set this. Trust in yourself, Champion. Do not linger here too long. The Legion is attacking everywhere. I am certain that if anyone can help you find this pillar of creation, it will be my grandfather. I will meet you up there. You will find the Repose up the road to the North East. Okay. Yes. Now... Now... I think for today we have enough. We have the jump to Asuna... Asuna, what is that like? Asuna.... Asuna, asuna. Asuna. Asuna is defeated. Asuna, Asuna is defeated. There is a survival. That is until now the survival of the切得ers. What would be like to me do in the idea of that? Asuna. Direkte Front... Direkte Frontlinien. Blood, blood,視 eyes. No, the battle is reigning. In the sight. Wir sind die Legion! Du kannst nicht überwinden!